Die FB ermittelt Beim Abstiegsenspiel des Hamburger SV kam es zu heftigen Krawallen. Jetzt hat der DFB Ermittlungen aufgenommen. Es gibt aber auch eine positive Nachricht aus HSV-Sicht. Die Randale beim Abstieg des Fußballbundes Legisten Hamburger SV haben das erwartete Nachspiel für den Klub. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes, der DFB, hat als Folge der Vorfälle während der Partie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach, 2.1, Ermittlungen aufgenommen. Den Hamburgern droht eine schwere Strafe. Sekunden vor dem Spielende war die Lage eskaliert. In der Nachspielzeit flogen aus dem HSV-Fahnblock hinter dem Tor Feuerwerkskörper und Rauchbomben auf das Feld, die Nordtribüne war in schwarze Wolken gehüllt. Schiedsrichter Felix Bruch, München, unterbrach die Begegnung, die Polizei marschierte auf. Nach mehr als zehn Minuten pfiff Bruch noch einmal kurz an und verhinderte so einen Spielabbruch. Schwarze Wolken im HSV-Block, kurz vor Spielende ließen Anhänger des Hamburger SV ihrem frustfreien Lauf. Quelle, Ulf Arunke-Demago Ungeachtet des erstmaligen Bundesliga-Abstiegs haben am vergangenen Wochenende mehr als 500 Interessenten einen Antrag auf Vereinsmitgliedschaft beim HSV gestellt. Dies gaben die Hans-Eten am Montag bekannt. Anzeige, jetzt anmelden, 100 Euro Prämie sichern und die Bundesliga tippen. Das ist für mich ein überragendes Zeichen der HSV-Fans, sagte Klub-Präsident Bernd Hofmann. Aktuell gehören dem HSV rund 79.000 Mitglieder an. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.